Musik Ich bin Dominique, 23 Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr bei der Bio-Company. Ich habe vor meiner Ausbildung als Aushilfe gearbeitet und mir ist in meiner Ausliffszeit schon gesagt worden, ich soll doch bitte eine Ausbildung anfangen. Und danach bin ich sofort weiter eingearbeitet worden. Ich bin sofort an die Hand genommen worden. Es ist halt kein Problem zuzugeben, dass man dann etwas nicht kann. Und das zahlt auf jeden Fall von Respekt. Es ist einfach dieses offene Miteinander und dass man sich immer an jemanden wenden kann. Und man hat auch Spaß bei der Arbeit, wenn man weiß, dass man sich da auf die anderen verlassen kann. Die Auszubildenden mit Bio-Company haben die Möglichkeit, für vier Wochen nach London zu gehen und dort in einem Supermarkt zu arbeiten. Grundsätzlich kann sich da jeder hinbewerben. Der Vorteil als Bio-Company als Arbeitgeber ist aber, dass der Eigenkostenanteil komplett von der Bio-Company finanziert wird, sodass du, auch wenn du es dir finanziell nicht leisten könntest, dadurch die Möglichkeit hast, das wahrzunehmen und dort wirklich etwas zu lernen. Grundwissen kann nie schaden, gerade was auch Gemüsesorten vielleicht angeht. Man sollte schon wissen, was eine Karotte und was ein Apfel ist, aber ansonsten glaube ich nicht, dass riesiges Know-how notwendig sein muss. Man muss ein gewisses Engagement mitbringen, um gerade auch schwierige Kundschaft vielleicht meistern zu können. Und wenn ich dann dafür belohnt werde, wie der London-Aufenthalt, dann ist das was, was mir noch viel mehr Spaß macht, wofür ich mich noch viel mehr auch drum bemühe, dass es vielleicht noch besser wird. Es ist mehr als ein Arbeitsplatz. Es ist auch keine kleine Familie, es ist eine große Familie. Es wird sich unterstützt, es wird geholfen. Man kann sich immer an jemanden wenden. Ich habe ein gutes Team und ich gehe gerne zur Arbeit.